Was ist das für dich? Also eventuell gibt es da jetzt jemanden, den ich irgendwie mag. Er ist so groß und hat so lange schwarze Locken und so dunkle Augen. Er hat so einen fetten Schnauze, der betont voll so seine dicken Lippen. Und seine Lippen sind einfach so mega weich aus. Und er ist so jeden Tag mit meinen Brüdern beim Fitnessstudio und hat so voll viele Muckis. Das geht gar nicht. sondern Sei. Berat ihm von der Zeit am Mann. Der Mann. Der Mann. Dem Mann. Soll. Hey. Hey. Kritisiert du hier gerade meine Grillkünste? Künste? In meiner Stelle würde ich auch kosten, mein Freund. Ich will nur zeigen. Die Frauen mit dem Karton lieber nur zeigen. Gefährlich. Bauch. Abwag. Ruhm. Aber du bist so. Du bist so. Und du bist so. Du bist so. Ich hasse meine Stimme sehr, obwohl ich versuche, alles für dich zu sehen. Meine Liebe. Alter, geht nicht. Das ist scheiße meine Stimme, oder? Das ist die Grüße, meine Liebe. Ich weiß nicht, dass du es gestürzt hast. Hast du gerade eins noch vor der Türwache gehalten? Krass. Danke. Aufwand. Was hast du da gemacht? Nichts. Zeig mir. Noch mal, was hat er? Du bist ein Bundeskanzler, Mann. Es fangen die Mädels auch immer, aber ich glaube nicht, dass es jemand wäre. Doch. Wir brauchen jemanden wie dich, die für uns kämpft. Du bist gut hier. Auch wenn du das nicht glaubst. Schön, ja? Und zwar und schweig und ja, und zwar ist mir der Lege. Ja, ja. Ja, ja. Schön, ja?